Hallo zusammen, willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video werde ich allgemeine Probleme erwähnen, die bei Ford Fusion-Fahrzeugen von 2013 bis 2020, auch bekannt als Ford Mondio, auftreten können. Nummer 1 Einige Modelle von 2013 bis 2016 wurden in den USA zurückgerufen, weil eine oder mehrere der drei Schrauben des Lenkgetriebemotors aufgrund von Korrosion brechen können. Wenn dies auftritt, kann dies zu einem Verlust des Erwohlenkungsunterstützung führen, was das Risiko eines Unfalls erhöht. Die Reparatur bestand darin, die auf dem Bildschirm angezeigten Schrauben durch neue Schrauben zu ersetzen und Rostschutzmittel aufzutragen, um Korrosion zu verhindern. Nummer 2 Einige Modelle von 2013 und 2014 wurden in den USA zurückgerufen, weil einige der Türverriegelungen bei früheren Rückrufen nicht korrekt ersetzt wurden. Die Reparatur bestand darin, die Türschlösser durch Türschlösser mit verbessertem Design zu ersetzen. Nummer 3 Einige Modelle von 2013 und 2014, die mit B6-6 Gangschaltgetriebe ausgestattet sind, wurden in den USA zurückgerufen, da die Kupplungsbaugruppe in den betroffenen Fahrzeugen aufgrund von übermäßigem Kupplungsschlupf überhitzen kann. Die Reparatur bestand darin, die Kupplungsbaugruppe in den betroffenen Fahrzeugen durch ein neues, verbessertes Teil zu ersetzen. Nummer 4 Die Kupplung des Klimaanlagenkompressors in einigen dieser Fahrzeuge neigt zu vorzeitigem Ausfall, was dazu führt, dass die Klimaanlage keine kalte Luft abgibt und ausgetauscht werden muss. Nummer 5 Die Wasserpumpe in etwa 2015 bis 2020 mit 1,5 Liter Motor ausgestattet ist anfällig für Kühlmittellags zwischen 140.000 und 170.000 Kilometern. Es wird empfohlen, beim Austausch der schlechten Wasserpumpe das gesamte auf dem Bildschirm angezeigte Timing-Kit auszutauschen. Nummer 6 Die hinteren elektrischen Stoßdämpfer in einigen Modellen von 2013 bis 2017 neigen zu vorzeitigem Verschleiß, verursachen beim Überfahren von Unebenheiten Klappergeräusche und müssen ersetzt werden. Nummer 7 Der Bremslichtschalter in einigen Modellen von 2013 bis 2017 ist anfällig für Fehlfunktionen, was dazu führt, dass die Bremslichter die ganze Zeit anbleiben und ersetzt werden müssen. Nummer 8 Einige Modelle von 2013 bis 2016 wurden in den USA zurückgerufen, da die Buchse am Ende des Schaltzugs leicht reißen und auseinanderfallen kann. Eine beschädigte oder fehlende Buchse könnte verhindern, dass der Schalthebel das Getriebe in die beabsichtigte Gangposition bewegt. Und das Getriebe befindet sich möglicherweise nicht in der Parkposition, obwohl die Schaltposition anzeigt, dass das Fahrzeug in die Parkstellung geschaltet wurde. Die Reparatur bestand aus dem Einbau einer neuen verbesserten Buchse, dem Einstellen des Scheitzugs und dem Einbau einer Schutzabdeckung. Dies sind einige der häufigsten Probleme, die bei Ford Moondio Fahrzeugen auftreten können. Haben Sie einen wunderbaren Tag!